Hallo Pamarillos. Ich habe hier gerade eine Resonanz der Glocke bekommen. Ich bin immer noch in dem kleinen Gebäude, wo ich aufgehört habe eben. Und da ist so ein Typ, der rennt einfach los. Er geht ab. Operateur real. Ein sehr realer Dude. Ich möchte ihm winken. Warte, wie winkt man? Ah, ich will, ich will winken. Ja, ich höre jetzt auch das Glockenläuten von ihm. Der sieht ja, der sieht ja witzig aus, der Typ. Da unten ist ein Skelett mit einer Axt. Kooperateur real. Alter Schwede. Ich weiß nicht, wo er mich hier hinschickt, aber vielleicht hat er sogar Ahnung. Oh, wer ist das denn da? Eins, zwei und drei. Weg ist er. Sehr schön. Blutvieh holen. Hier gibt es wieder eine Leiter. Kann man hier irgendwo runter? Alter Schwede, das sieht sehr tief aus. Ich gehe lieber die Leiter hoch. Ich folge mal dem Reel. Der sieht aus, als hätte er Ahnung. Kletter, 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 kletter. Da bin ich. Ach du Scheiße, jetzt kletter ich hier den Zahnrädern rum. Das ist ja wie bei Super Mario. Eine Kanone. Was bringt mir die? Okay, der ist tot. Der Klang der finsteren Glocke ist verschwunden. Was macht der denn jetzt? Warum springt der einfach da runter? Ich komm dir zur Hilfe, Typ. Alter, was ist das denn? Was ist das? Das ist ja wie bei Resident Evil 4, Alter. Was für ekelhafte Scheiße war das denn? Wo bin ich hier? Hier ist ein Gerät, das aber nicht funktioniert. Warte auf mich. Ich kenn mich doch hier gar nicht aus. Ist da noch was zu looten? Anscheinend nicht. Oh Mann, wo ist der Typ hin? Da hinten läuft er. Er heilt sich. Okay. Alter, schon wieder so ein Teil. Okay, er hat's umgehauen. Gibt ein paar Blutviolen. Dann nehm ich da auch mal eine, falls ich gleich wieder welche finde. Hab ja noch 20. Hier geht's hoch. Hier geht's runter. Oh Mann. Hier die vergiften mich. Äh, Gegengift. Kann man nur 10 Gegengift haben? Kann das sein? Alter, der ist so flott, der Typ. Hinter ihm her. Da hab ich schon wieder Schlangen gehört im Gebüsch. Hell weg. Ich bin schon wieder vergiftet. Kann das sein? Ah, da kommt noch so eine. Und biuuu. Das Schwert hat so eine Range. Das finde ich ja richtig geil bei dem Schwert. Blutviolen. Wo ist der Typ hin? Da hinten liegen noch ganz viele Sachen. Die will ich mir holen. Alter, die treffen einen ja jedes Mal. Und... Biuuu. Scheiße. Nochmal. Biuuu. Okay. Komische ekelhafte Schlangenbündel. Aber die sterben mit einem Schlag. Finde ich okay. Finde ich super. Bisschen das Verrückten. Das hier ist wohl nichts. Da hinten... gerunzt jemand durch die Gegend. Da oben liegt auch noch was. Die Frage, wie ich da hinkomme. Wahrscheinlich muss ich durch Schlangen gehen. Ja. Muss ich. So, die Schlange kann mich immer mal am Po-Po-leken. Na. Was war das? Ist ja alles voller Schlangen. Ah, fuck. Oh, es reicht sogar ein normaler harter Schlag. Den brauche ich also gar nicht aufladen. Und dann doch nicht. Wo ist denn der Typ hin überhaupt? Da liegt was. Und da ist so ein Typ. Wie komme ich denn da hin? Und da sind noch mehr Schlangen. Au. Au, 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 au. Ist der behindert? Wie mache ich den denn? Und nochmal. Ja, so, okay. Mit der Axt geht er gut. Mit der Axt geht es mir und ihm gut. So, das Vieh ist weg. Da kommt noch so ein schlabber Vieh. Mein Gott, wie viel gibt es denn von denen? Der Typ hat sich anscheinend wieder aus dem Staub gemacht, oder? Boah, hier in der Wohnung sind es gerade 100 Grad heiß, glaube ich. Joanna. Ich habe einen Ohrwurm von Cool and the Gang. Ist das ein Ding? So. Was ist das denn? Eine Riesenschlange, oder was? Der Typ scheint noch zu leben irgendwo. Denn ich habe gerade Blutsplitter bekommen. Äh, Blutechos. Hilfe! Wo ist denn der Kerl hin? Ich habe schon wieder Blutechos bekommen. Ist der da oben? Da? Boah, was ist das? Alter, wo ist denn der Kerl hin? Schon wieder Blutechos bekommen. Da gibt es Sachen. Ist das eine Falle? Eine Blutfiole. Um Gottes Willen. Oh fuck. Nochmal aufladen. Und... Sehr schön. Blutsteinscherben. Alter, wo bin ich hier? Ich habe echt keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, wo der Kerl hin ist. Wisst ihr das? Boah, ich habe Angst durch Wasser zu gehen. Was gibt es hier? Ist das ein Gegner? Nein, hier ist kein Gegner. Äh... Hier ist ein Weg. Ich dachte, hier geht es rein. Aber hier geht es nicht rein. Hier blubbert irgendwas? Was ist denn das Verrückten? Was ist das denn? Ein Pilzmann. Mensch. Verrückt. Alter Schwede. Was sind das jetzt für Teile? Oh ja, die schießen wie der Arcan. Mist. Ein Pilzmann nach dem anderen, bitte. Uh, das macht mir Aua. Boah. Meine Güte. Komische Pilzmänner. Was ist noch so einer? Wir halten nicht so viel aus, aber sie sind sehr merkwürdig. Sehr, sehr merkwürdig seid ihr. Wir sind das Verrückten. Hier ist jemand, der kämpft. Wir haben alle diesen coolen Hexenhut. Ich will auch diesen coolen Hexenhut haben. So, und nun? Wie kommt man denn da hoch? Kommt man hier irgendwie hoch? Hier zum Beispiel? Nein. Wie, du hast eine Sackgasse hier? Ist doch nicht wahr. Das ist doch nicht wahr. Wo muss ich denn jetzt lang? Und vor allem, wo ist der Typ, der die ganze Zeit mit mir gekämpft hat? Und vor allem, was bringt das hier hinzukommen, wenn hier eine Sackgasse ist? Und vor allem, wo bin ich hier und wie komme ich zurück? Hier geht's noch tiefer, aber ich möchte erstmal hier hochgehen, glaube ich. Oh, da kommen noch mehr Schlangen. Oh, da kommt wieder dieses Geräusch. Ich komme, ich hole die Axt raus. Das ist so ein Schlangentyp mit Axt. Oh! Nicht mit mir, mein Freund, nicht mit mir. Du gibst mir alle deine Blutviolen, die du hast. Und dann werde ich erstmal schauen, wo ich hier bin und was das hier ist. Dann ist das dein Aufzug. Aha, das ist der Aufzug hier in dem komischen Level. Hier unten. Jetzt kann ich mich ja hier mal in Ruhe umgucken. Also hier war ich auf jeden Fall schon drin. Mit dem Typ eben. Und dann sind wir hier über die Brücke gelaufen, richtig? Und hier irgendwo ist der doch abhandengekommen, der Kerl. Wo auch immer. Röchter Schritte? Da oben liegt was. Auf der anderen Seite auch. Zwillingsblutsteinscherbe. So, nun. Was gibt's hier? Noch ein Aufzug. Gerät bedienen funktioniert derzeit nicht. Okay. Was ist das? Gegengift. Und hier ist eine Tür. Ah, jetzt bin ich an der Lampe. Das scheint also eine Abkürzung zu sein. Und zwar fährt man mit der Abkürzung erstmal hier runter, wenn man an der Lampe rauskommt. Und zwar so, ja. Fährt dann... Ist der Typ weg? Äh... Wo war denn die andere Abkürzung? Und dann kann ich hier... Ich warte einfach mal. Die Resonanz der Glocke hat Kirito gerufen. Wo bist du, Kirito? Komm zu mir! Ich bin eine blutbefleckte Oma in einem schönen Kleid. Kirito? Wo bist du? Kirito? Wo bist du? Kirito? Dann hat sich der Typ also... Äh... Erstmal hier runter. Da kommen wieder irgendwelche Blutechos angeflogen. Wo auch immer die herkommen. Da liegt noch was. Zwillingsblutsteinscherbe. Kann man hier irgendwie runterspringen? Und da gibt's versteckte Items. Die man nur bekommt, wenn man in einem ganz bestimmten Winkel nur 0,38 Sekunden die X-Taste drückt. Oder die Kreistaste. Ich kenn solche Spielchen doch. Da oben kam doch irgendwo das erste Riesenschwabbelmonster. Oder was hier in der Ecke? Da liegen Sachen. Ich krieg hier Blutechos on Mars. Blutsteinscherbe. Da ist wieder so ein Typ. Und... Und noch direkt einen Schlag hinterher. Sehr schön. Alter, da ist das Vieh. Blutvieh hole zwei. Soll ich auf den drauf springen? Alter, das sind zwei. Ne, dann spring ich da nicht drauf. Was macht denn hier Geräusche? Da hinten liegt auf jeden Fall was. Wie komm ich denn da hin? Oh Gott! Diese Schlangen! Ah, was war's denn da? Oh! Es vergiftet mich. Ich muss erst die kleinen Schlangen kaputt machen. Kann sich das Teil bewegen? Es kann sich bewegen und es kann kämpfen. Und es macht... ...macht irgendwie nicht sehr viel, aber... Es ist tot, okay. Wow! Das ist aber hell. So, dann um diesen Baum und dann finde ich ein rasendes Kalbblut. Dann machen wir jedoch hier mal kurz einen kleinen Cut. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, Pamarillos. Bleib mir treu und stay Pam!